Ihr wollt gerne mehr, ich will gerne mehr und dann geht's natürlich auch weiter hier beim wohl wortwörtlichsten Ehegattensplitting, was diese Welt je gesehen hat. Unser lieber Dr. Lederarsch, der Gärtner vom Dienst, macht seinem Namen alle Ehre und meuchelt die Scheiße aus seiner Familie raus, dass kein Gras mehr wächst. Wir machen einfach da weiter, wo wir beim letzten Mal leider verstorben sind und holen ja nochmal den Schlüssel aus seiner Jackentasche. Kann ich die Tür eventuell bitte zumachen? Danke, das wäre sehr nett. Ah, er spart uns einiges an Ärger, junge Dame. Aber ich fürchte, die Erfahrung werden wir noch genug machen. Okay, soweit waren wir schon. Und wir wissen, dass wir hier wie eine Art Pümpel oder sowas irgendwie reinstecken müssen. Generell geht's ja mehr oder weniger, um Sachen irgendwo reinzustecken. Wie auch Schlüssel, diverse Kellertüren. Wofür wir für diese Angelegenheit jetzt das nötige Utensil aufgelesen haben. Oh Gott. Oh Gott, kommt ihr von der anderen Seite? Macht das doch nicht. Macht das doch nicht, Mann. Ich hab mega Schiss vor dem. Und ich werde auch die... Oh Gott. Alter, ist am Start, Mann. Ich wollte gerade sagen, ich werde mich diesmal auch bemühen, mich ganz vorsichtig und sachte vorzubewegen. Dass er mich möglichst nicht sieht. Weil... Wir haben gelernt, es ist ultra schwer ihm zu entkommen. Oh oh. Oh 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 oh. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung er kommt. Woher habe ich die verdammten Pümpel? Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Fuck, ich kann das nicht einordnen. Ich hoffe mal, dass das Spiel mich nicht verarscht hat und seine Sicht tatsächlich schlecht ist. So schlecht, dass er mich beim letzten Mal durch die Wand gesehen hatte. Aber das diskutieren wir an anderer Stelle noch aus, mein Freund. Okay, es kann sein, dass der die Treppe hochkommt. Scheiße, 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 scheiße. Rein da. Rein da! Oh, Alter. Okay, wenn der jetzt hier lang geht, fress ich den Besen, Mann. War das aber sowas von die richtige Entscheidung. Halt deinen Mund, Mann. Mann, du kannst doch da jetzt nicht rumquäken. Okay, ich weiß nicht mal, ob der überhaupt auf dieser Etage ist. Ich kann es echt nicht abschätzen. Oh 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 oh, ist sowas von an dieser Etage. Okay, wir warten bis er um die Ecke ist. Dann können wir ja in ziemlicher Sicherheit runtergehen. Oh, leise, Mann. Jetzt hör mal auf zu atmen. Okay, okay, okay. Jetzt wissen wir zumindest mal, dass hier die Luft rein ist. Ich hab noch so ein paar Defense Items. Weiß allerdings nicht, wie ich die benutze. Ich geh jetzt erstmal da runter und werde speichern auf jeden Fall, sodass ich da an der Stelle weitermachen kann. Dass ich nicht wieder diesen Key und sowas suchen muss. Oh Gott, ich glaube, der kommt. Würdest du bitte ein bisschen schneller laufen, junge Dame? Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Ich muss speichern. Ich muss speichern. Äh, safe. Der kommt, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, der kommt. Ich weiß, ich weiß es nicht, Mann. Ich bin vollkommen überfordert hier mit der ganzen Sache. Sieht ihr mich hier? Oh, bitte nicht. Bitte, Metronom, übertöne meine Angst. Und diverse Stuhlganggeräusche, die sich in meinen Hosenboden ergeben. Diese Haus ist nicht örtlich für den Publikum. Ja? Die Öffentlichkeit ist nicht hier. Ich bin in dienstlicher Angelegenheit vor Ort. Ja, da bin ich drinnen. Im Bücherregal. Wo auch sonst. Alter, der sieht mich tatsächlich nicht. Äh, 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 wow. Advanced Stealth, Freunde. Advanced Gameplay. Ihh, Alter. Ich will nicht immer auf seinen Hintern schlafen, wenn er weggeht, Mann. Hätten die das nicht... Warum ziehen die dem keine Hose an? Ich bitte euch. Oh, oh. Oh, 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 oh. Boah, ey, der könnte auch um die Ecke sein. Die Geräusche sind so krass verwirrend, Mann. Das ist übelst krass. Das müssen sie irgendwie noch ändern. Wait, das ist nicht der Schlüssel? Moment mal. Oh, doch, doch, doch. So können wir das... Ah. Ah, doch jetzt. Yes, ich bin im Keller. Was auch immer mir das nutzt. Ich weiß es noch nicht. Aber wir sind schon mal hier. Hier können wir unsere Dreckwäsche waschen. Wow, ich hatte gerade ein bisschen eine Sprachbarriere hier hart am Start. So, hier haben wir diesen Wäscheschacht. Haben wir den nicht schon mal irgendwie gesehen? Da brauche ich noch irgendwas. Das kann ich wieder nicht benutzen. Oh. Oh, okay. Surprise Schraubenzieher. Das wird nachher durch die Wasser auch Äpfel wandern. All right, all right, all right. Hier haben wir noch einen Schrank. Und hier haben wir noch Türen, wo durch wir gehen können. Ich weiß nicht, was der Keller sonst noch so beherbergt. Oh, ist verschlossen. Okay, in Ordnung. Ist halt verschlossen. Was haben wir denn hier noch drin? Au, 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 okay, okay. Zum Verstecken. Ja, ja. Nee, nee, all right. Komm ruhig raus. Weil sie hat aber auch Panik, wenn die im Schrank ist, ey. Ist die ein bisschen klaustrophobisch oder sowas? Das ist keine gute Sache, hierher zu kommen, Mann. Okay, 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 okay. Also, ich denke mal, wir müssen noch was holen für dieses Dingens da hinten. Das war es nämlich noch nicht. Das wäre wohl auch wahrscheinlich zu einfach. Kommt der, kommt der, kommt der. Hm. Ich weiß nicht, ob er die Treppe gerade hoch geht oder runter kommt. Das könnte alles sein. Wir lassen uns einfach mal überraschen, oder? Okay. Ich glaube, der ist oben. Der ist definitiv hochgegangen. Was unser Glück ist. Was unser fucking Glück ist. Okay. Junge Damen, speichere mal eine ganze Angelegenheit. Ja, ja, ja. Konzentrier dich hart. Woher kenne ich denn das? Ich weiß nicht, das kommt mir irgendwie mega bekannt vor. Aus irgendeinem Film oder irgendeiner Serie oder so. Oh, schreibt das mal unten in die Comments. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Gut, dann werde ich mich jetzt mal noch hier ein bisschen umsehen. Oh, vielleicht sollte ich das Sprinten unterlassen. Oh! Oh mein Gott! What the fuck? Er war nicht oben. Was? Oh, ja. Hast du gut bemerkt, Schätzchen. Hat der mich jetzt verloren? Die hat mich gerade nicht verloren, oder? Wow. Du Lama alter Scheiß. Okay, jetzt muss ich das mit der Maus wieder machen. Come on, buddy. Come on. Ja. Bitte kein Lack. Bitte kein Lack. Bitte kein Lack. Oh, nein, 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 nein. Jetzt geh doch wieder hoch, Mann. Fuck. Okay, 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 okay. Ich weiß zumindest, der ist unten. Ich muss mich geduckt bewegen. Da hat er mich beim letzten Mal nicht gesehen. Da kann ich mich wahrscheinlich viel einfacher vor dem verstecken. Verborgen halten. Vor allem, wenn ich um die Ecken gehe. Und hinter Türen schaue, wo ich nicht weiß, was dahinter ist. Oder wer, in dem Falle. Okay, das... Das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Bitte komm jetzt nicht um die Ecke. Bitte lass mich da einfach in diese Tür eintreten. Also, ich komm dir auch nicht zu nahe. Komm rein. Ah, scheiße, ist verschlossen. Runter. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was Phase ist. Aber ich weiß, ich muss ja ganz dringend raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der kommt von rechts. Der kommt von rechts. Der kommt von fucking rechts. Alter, die Speisekammer. Kann ich mich an allerlei Leckereien hier betätigen, oder was? Ich muss sagen, mir ist der Appetit ein bisschen vergangen, wenn ich... Ich bin... Heute steht Zef auf dem Speiseplan. Scheiße, was, scheiße. What the fuck? Nein. Nein, 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 nein. Ich kann das Glas nehmen. Ich kann mal ein Ründchen meine Lippen befeuchten. Ja, ja, du bist die Tischdecke. Du bist der Tisch. Du bist das teure Service von deiner Oma. Also nicht die, die oben im Bett liegt, sondern... Ja, ja, du weißt schon. Familienbesitz und so weiter. Sag mal, hier haben wir ein Bild. Wait, what? Why did you grow up? Why did you become Jennifer? Warum bist du aufgewachsen? Warum bist du Jennifer geworden? Okay. Was ist so... Niemand! Niemand! Scheiße, warum fällt dir das Ding runter? What the... Äh, ja, ich glaube schon, dass ich hinkomme. Muss ich ganz ehrlich sagen? Oh, mein Gott. Raus hier. Raus hier. Ich wusste, das ist der Weg. Der Safter kann die Tür verschlossen. Schneller. Schneller, 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 schneller. Oh, mein Schrank der Sicherheit. Der kommt jetzt wieder her, oder? Fuck, Mann. Ja, du musst aber nur ein bisschen durchhalten, Schätzchen. Da ist was runtergefallen. Das war nicht für umsonst. Okay, Concentration, self-concentration, self-concentration. Hm, hm, hm. Ah, du lenkst mich nicht ab, du und deine kleinen Mätzchen. Oh. Alter. Ich frage mich, wann Gloria kommt. Die kann irgendeinen süßen Fratz mal langsam bitte wieder ins Bett rufen. Oh, ich traue mir was, ey. Okay, ich muss jetzt zu dem Ding hin, zu diesem komischen Kronleuchter, oder? Da ist irgendwas runtergefallen. Ich weiß noch nicht, was... Oh! Oh Gott, warum kann sie da nicht... Ach so, wow. Ich wurde gespottet. Dann kann ich da offensichtlich nicht rein. Ist in Ordnung. Ja, ja. Ist okay. Oh Gott, oh Gott. Falsche Richtung. Oh Gott, falsche Richtung. Nein, wo rede ich hin? Was tue ich mit meinem Leben? Ich weiß nicht, was ich tue. Hihihi. Hihihi. Juked, Baby. Oh Gott. Stecke fest. Nein. Nein. Das ist... Oh ja, genau. Ich halte an. Frag doch nochmal. Bitte mich doch nochmal. Höflich. Dann komme ich da bitte vielleicht nach. Komm rein. Das Haus ist nicht offen für den Puppen. Wow, wow. Bitte geh danach wieder hoch. Ja, bitte, 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 bitte. Tu mir den kleinen Gefallen, damit ich in unten Ruhe umschauen kann. Oh, come on, buddy. Yes, ich liebe dich. Willst du mich heir? Obwohl, dann... Ende ich nachher vielleicht als Mottenfalle in dein Bett. Eventuell nicht ganz so eine gute Idee. Okay, nur für den Fall, dass er jetzt wieder runterkommt. Wow, Freunde, ich hab... Hey, das ist so ein Nervenkitzel, Mann. Das macht so Spaß. Okay, okay, jetzt... Ganz langsam da wieder... Kommt der jetzt wieder runter? Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Ich renne, ich renne. Niemand. Der reagiert sofort. Der reagiert sofort, wenn man sprintet. Das mag der nicht. Nein! Oh, mein Gott, bist du dumm! Oh, fucking hell! Nein. Obwohl, doch. Doch, ich bin schon ein paar Mal im Kommerzchen. Du hast mich bis jetzt noch nicht gefunden. Nein! Oh, mein Gott. Max Range. Er hat mich getroffen. Das war aber nicht Teil der Abmachung. Ähm... Ich möchte doch nur mal an den Kronleuchter schauen, den ich da kaputt gemacht habe. Ich bitte dich! Ich... Ich möchte dich spielen. Der hat richtig ernsthaft verloren. Was für ein Eiservollidiot, Mann. Was für ein Volltrottel. Ja, ciao. Okay, bye. Ich gehe dann mal. Ist in Ordnung. Schaue ich mich halt hier in deiner Drecksküche rum. So, was hat man hier? Ich sehe das immer gar nicht. Oh, ein Pümpel. Jetzt aber speichern. Jetzt aber. Fuck, nochmal sowas von speichern. Wow. Der Schrank der Zuversicht, ey. Was ist das? Du bescheuerte Bitch. Du bescheuerte Bitch. Das ist so gut ich denn vererzt, Mann. Das hat er nicht gehört. Das war auch nicht laut. Ah, ah. Oh, da ist eine Tür. Ich glaube, das ist die, die verschlossen ist, oder? Oh, ich weiß es nicht. Komm. Ich bin Gemüse. Ich bin eingelegte Gurken. Ich bin Dosenbohnen. Der checkt diesen Raum nicht. Der hat hier irgendwas gegen. Konserven. Was nur mein Vorteil ist. Boah, Freunde. Sorry, dass ich nicht so viel quatschen kann hier. Aber ich muss mich ultra konzentrieren. Weil das Spiel ist schwer. Alright. Oh, oh, oh. Ich verstehe. Hallo? Eine Pizza Margareta, bitte? Was ist das denn? Oh, ein Griff. Okay, okay, okay. Verstehe. Kommt der jetzt wieder her, Mann? Wer ist Hermann? Ich glaube, wir sind... Wir sind dem erstmal los. Okay, irgendeine Tür hat er geschlossen. Was in Ordnung ist. Solange sie zwischen mir und ihm ist. Finden wir hier noch irgendwas zufällig hier in den Schubladen? Das wäre ja nice. Aber was, was ich noch brauche. Was, was ich... Um diese komischen Wäschedings da in Gang zu setzen. Das hier sieht wichtig aus. Ich brauche was. Wait, vielleicht ein Griff? Vielleicht zufällig... Warte mal. Oh, tatsächlich? Aus Sicht, dein Amst. Drangepappt, Mann. Magnetgriff war das. Klassisch. Klassisch. Ah! Nein, ich habe doch gesagt, ich möchte dich als Muttenköder enden. Wir haben doch das schon geklärt. Ihhh. Alter, halt dein Maul. Ich habe den Film aufge... Was ist das denn für ein Film? Sieht das nach einem gemütlichen Abend hier aus, oder was? Boah, jetzt muss ich aber sowas von speichern, Mann. Ne. Jetzt muss ich erst mal gucken... ...was mit dem Kronleuchter ist. Oh Mann, oh Mann. Ah! Fuck, ihr... ...er bewacht den. Er möchte nicht, dass ich mir das angucke. Ja, da war es dagegen. Scheiße. Ich komme da gar nicht mehr hin, ey. Nein! 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 Yes! Surprise-Schraubenzieher! Okay, ich muss irgendwo hin. Ich weiß... Ich weiß nicht, ob er die Tür verschlossen hat. Oh, er hat die fucking Tür verschlossen. Und er hat mich verloren. Das ist nicht dein Ernst. Höh! Wie gesagt, ich bin in die... ...die Tiermission, oder? Da ist er. Alter, nochmal überlebe ich das nicht. Nimm's dir! Was auch immer das für ein Scheiße ist da dran! Metallkabel! In Ordnung! Habe ich das halt! Danke sehr. Oh, ich brauche bitte... ...ich brauche bitte mein Speichermedium. Bitte, 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 bitte. Fuck! Wo geht's hier raus? Boah, ich weiß es nicht. Alter, ich weiß es nicht. Ich hab völlig die Orientierung verloren. Nein! Nein, 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 nein! Okay, okay, okay. Ich muss in die Richtung. Ich muss da hin, wo der Typ ist. Und ich darf mich nicht verlaufen. Was ist das? Eine Uhr? Da müssen wir bestimmt auch irgendwas machen mit. Okay, erst mal hier ganz langsam schauen, ey. Scheiße, der kommt. Scheiße, der kommt. Nein, das ist verschlossen. Nein, das ist das verschlossene Ding. Oh, hier lang, oder? Oder war das auch zu? Fuck, fuck, wo geht's hier raus? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Nein, bitte nicht! Das kann nicht wahr sein. Oh, wir waren so weit. Wir haben so viel Scheiß gefunden. Ich hab' gar nichts. Ich hab' gar nichts, Mann. Scheiße! Oh, okay, liebe Leute, ich bin gleich wieder da. 20 Minuten später. Okay, Leute, ich hab's geschafft. Ich hab' alle Items sicher raus transportiert. Holy shit, ey. Das hat jetzt nochmal 20 Minuten gedauert, ey. Das Spiel ist so fucking schwer. Okay, wir haben jetzt das ganze Zeug. Ich würd' sagen, wir gehen jetzt direkt nach oben und schauen mal, ob wir da irgendwie was aus der Banne fischen. Ich möchte das eigentlich nicht tun. Also, wenn es Sachen gibt, die ich in diesem Haushalt nicht erledigen möchte, dann gehören die auf jeden Fall dazu. Wo ist eigentlich Gloria für solche Angelegenheiten? Die ist doch dafür bestens ausgeweldet, oder? Okay, entschuldigen Sie, Mrs. Felden. Ich muss nochmal kurz eben Ihre Privatsphäre stören. Aber sie sind die Ruheln-Personen, wie man das so gesehen hat. Bis auf die kleinen Maden, die da links und rechts rauskommen. Okay, ich hoffe, er kommt ja nicht mehr in diesen Raum rein. Was sollte ihn hier auch reinführen? Bis auf seine vergammelte Frau? Die er vielleicht mal wegräumen könnte, oder sowas in der Art. Okay, Freunde. Die Stunde der Wahrheit. Ja, ja, bleibt's doch auch. Bitte, das doch nicht wegnehmen, Großer. Ich bin nur mal für kleine Mädchen hier. So, pass mal auf. So, komm, meine Gutze. Du hast es doch gelernt. Yeah, easy. Das ist Schlüssel, oder sowas in der Art. Ich seh's doch. Und diverse andere Dinge, von denen ich nicht wissen möchte, was sie sind. Was ist das? Oh, das war im Keller. Das war im Keller, Freunde. Okay, okay, krass. Ich weiß, wo das ist. Das war kurz vor diesem, ähm, vor dieser, vor diesem Wäschedingens. Diesem Wäscheschacht. War das im Boden. Da drin ist dieser Schlüssel. Das sah aus wie von so einer Aufziehpuppe. Wahrscheinlich ist es das auch. Interessant. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal in den Keller. Aber vor allem heißt es, dass wir speichern müssen, liebe Leute. Sonst nützt uns das hier gar nichts. Doch mal schauen, ob wir lebend hier wieder runterkommen. Vielleicht kriegen wir es so hin, wie beim letzten Mal. Dass der Typ an uns vorbeigeht, während wir im Schrank sitzen. Das wäre wirklich großartig. Das wäre wirklich perfektes Timing. Mr. Felton, können wir das bitte so übernehmen? Niemand. Niemand. Geh da rein. Geh da rein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, nevermind. Das ist gutes Timing. Dieses Haus ist nicht öffnet zum Puppen. Leck mich, Mann. Oh, er riecht mich. Fuck, ich habe mich besauert. Scheiße. Wäre ich doch mal nicht beim Kriechen gewesen mit das. Hau rein. Nein, nicht die andere Richtung. Da muss ich doch hin. Geh doch mal da deiner Frau sehen. Scheiße, ich muss da irgendein Radio oder sowas hinlegen. Klappt das vielleicht? Habe ich überhaupt ein Vert... Verteidigungs-Item? Sieht, glaube ich, nicht so aus. Warte, 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 warte. Da ist nichts drinne. Aber ich brauche irgendwas... Irgendwas Dickes. Irgendwas, was richtig viel Schaden macht am besten. Ich werde wohl nicht glücklich werden. Oh ja. Oh ja. Oh ja, geh da ganz hinter, mein Freund. Das ist das Richtige. Okay, renn, 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 renn. Runter zum Speicherplatz. Ist mir jetzt alles egal. Wenn er kommt, dann kommt er. Wie kann die so leise auf Stöckelschuhen laufen, Mann? Wieso funktioniert das in diesem Game? Okay. Sichern. Yeah, safe, 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 safe. Super, 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 super. Reiß dich zusammen. Okay, alles klar. Weg jetzt hier, weg jetzt hier. Genug gespeichert. Genug dich, deine Schönheit begutachtet. Wir sind jetzt im Keller, Freunde. Wir sind im Keller. Mal schauen, ob wir das Ding da irgendwo aufkriegen. Und wie es damit weitergeht, liebe Leute, erfahren wir in der nächsten Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr weitersehen wollt. Boah, ich bin super gespannt. Ich bin mega gespannt. Okay, ich hoffe, ihr auch. Dankeschön fürs Zuschauen von diesem grandiosen Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.